Herzlich Willkommen liebe Freunde der gepflegten Freizeitpark Unterhaltung. Wir sind heute wieder mal im Heidepark und wir hatten heute Nacht Regen und ein Gewitter, was die Luft so richtig schön gereinigt hat und jetzt fängt schon wieder an mit der Hitze, die Sonne scheint und heute ist Sonntag, das heißt es wird natürlich wieder relativ voll im Park. Mein dritter Besuch und mein zweiter. Genau und wir wollen mal gucken was wir heute machen. Ich hoffe wir kriegen so ein paar gute Actionfahrten hin. Wir haben jetzt gerade mal 9 Uhr. Wir sind schon hier aber sind nicht die einzigen, die schon hier sind. Gehen wir mal in die Warteschlange vor dem Eingang gleich und dann geht es rein ins Vergnügen. Die Warteschlange. Musik Wohl, 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 wohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, also einen Trost gibt es ja. Die Sonne scheint im Moment nicht mehr. Trotzdem noch sehr warm. Wenn wir jetzt auch noch mit Maske in der Sonne stehen würden, dann gute Nacht. Ja, das würde ich auch machen. Das muss ich auch machen. Ja, 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 das muss ich auch machen. Ja. 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 Ja, das muss ich auch machen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020